Ich will gar nicht wissen, wie viele Paare zerbrechen würden, wenn der eine in das Handy des anderem guckt. Dann spielen wir ins Spiel. Nämlich? Für die Dauer des Essens werden SMS und WhatsApp vorgelesen und alle Anrufe auf Lautsprecher gestellt. Oh ja, das ist lustig. Ja, nee. Wir haben ja das Nest. Das ist meins, das ist meins. Kommt ein Selfie? Ja. Drei, zwei. Die Nachrichten sind nicht für mich. Ach so, das ist ein Gruppenchat oder was? Das ist ein Gruppenchat. 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 Das ist ein Gruppenchat.